Auf geht's! Alle Pfoten halten zusammen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann kann Marshall seine Wasserdüsen einsetzen, um das Loch aufzufüllen, damit die Enten herausschwimmen können Sky wird von der Luft aus ein Auge auf die Entenküken haben Rubble muss die Felsen aus dem Weg räumen, damit Marshall zu den Enten gelangen kann In Ordnung, Paw Patrol, lasst uns diese Entenküken retten Chase Stashe Skate Rubble Rubble Chase Um zu den Entenküken zu gelangen, müssen wir durch das Maislabyrinth auf dem Bauernhof von Bäuerin Yumi Folge dem Weg, um zum Labyrinth zu gelangen Bewege den linken Stick, um Chase in diese Richtung zu bewegen Du hast es geschafft! Jetzt folge dem Weg bis zum... Du hast ein Leckerli gesammelt! Sammle alle Leckerlis, die du findest, um am Ende des Rettungseinsatzes besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten Manchmal musst du weiter... Das ist toll! Großartiger Sprung! Drücke die A-Taste, während sich dein... Fantastisch! Jetzt lass uns weitermachen und springen, um diese Entenküken zu retten Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gesammelt? Nicht schlecht! Bei jedem Einsatz gibt es fünf goldene Pfotenabdrücke, die gesammelt werden können Wenn du alle findest, erhältst du eine weitere Überraschung Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst Bewege den linken Stick, um deinen Fellfreund in diese Richtung zu bewegen Sammle weitere Leckerlis, die du findest Der Weg wird von einer Kluft unterbrochen Siehst du die Haken dort drüben? Chase kann sein Netz in Verbindung mit den Haken benutzen, um höher zu springen und die Kluft zu überwinden Drücke die X-Taste, um Chase zu helfen, sein Netz auszupfen Jetzt bewege Chase zum Netz, um zu springen Fantastisch! Jetzt gute Arbeit! Du hast das Netz benutzt, um weiterzukommen Mach weiter so! Siehst du das Seil? Sobald du nach dem Seil gegriffen hast, bewege dich nach links, um es zu ziehen Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird Lass uns weitermachen Wir müssen diese Entenküken finden Du hast die Leckerlis gefunden Gute Arbeit! Wir sind fast da! Siehst du diesen Baumstamm? Chase kommt da auf keinen Fall vorbei Sieht so aus, als bräuchte er Skys Hilfe Um um Hilfe durch die Paw Patrol Skye hat den Baumstamm aus dem Weg geräumt, damit Chase weitermachen kann Jetzt können wir weitergehen Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten Wenn du zur Zentrale zurückkehrst Wähle die Fellfreundfähigkeit Gute Arbeit! Gut gemacht! Sieh mal! Du hast Chase geholfen, das Maislabyrinth zu finden Er kann seine Superspürnase einsetzen Um den Weg durch das Maislabyrinth zu finden Um Chase Superspür... In Ordnung! Na bitte! Chase kann mithilfe seiner Nase den Weg durch das Labyrinth finden Drücke die A-Taste, um ihm zu helfen, die Spur aufzunehmen Das war's! Jetzt folge der Spur, um den Ausgang des Labyrinths zu finden In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck Denk dran, dass du die A-Taste drücken kannst, um Chase zu helfen, der Spur zum Ausgang des Labyrinths zu folgen Du hast den goldenen Pfotenabdruck Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst Du hast Chase dabei geholfen, den Weg zu den Entenküken zu finden Jetzt hilf Marshall, dem Weg bis zum Loch zu folgen Und setze seine Wasserdüsen ein, um das Loch aufzufüllen, damit die Entenküken herausschwimmen können Marschall Lass uns weitermachen Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden Mal sehen, ob du alle finden kannst Gute Arbeit! Wir sind fast da! Finde alle möglichen Leckerlis Wenn du nicht weit genug springen kannst, kann Marshall seine Wasserdüsen einsetzen, um zu schweben Drücke die X-Taste, um Marshall zu helfen Gute Arbeit! Du hast Marshall geholfen zu schweben Mach weiter und erreiche diese Entenküken Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe Ein goldener Pfotenabdruck! Du hast es geschafft! Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst Diese Felsen versperren aber den Weg Wir brauchen Rubble und seinen Bagger, um sie aus dem Weg zu räumen Wähle In Ordnung! Jetzt können wir weitergehen Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz und bis in der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungs-Marshall hat die Entenküken gefunden Ok, jetzt hilft Marshall seine Wasserdüsen einzusetzen, um das Loch aufzufüllen und die Entenküken zu retten Schalte die Entenküken Jetzt hilft Marshall, die Wasserdüsen auf das Loch zu richten Bewege den Wasserstrahl, indem du den linken Stick bewegst Richte den Wasserstrahl auf das Loch, damit der Wasserpegel steigt Das ist toll! Du hast es geschafft! Fast geschafft! Mach weiter so! Du hast es geschafft! Du hast Marshall geholfen, die Entenküken zu retten Wir haben es geschafft! Die Entenküken sind in Sicherheit und glücklich Gute Arbeit, Paw Patrol! Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Y-Taste drückst